Ja, guten Morgen Lörrach, guten Morgen Weil am Rhein, guten Morgen Schopfheim. Der Volksanwalt macht sich bereit. Wir gehen jetzt dorthin, wo die Antifa ist, nämlich in Weil am Rhein. Die möchte unseren Wahlkampfstand wie immer blockieren. Ich habe ja wie angekündigt gestern einen Eilantrag gestellt beim Verwaltungsgericht. Der Antrag richtete sich gegen das Land Baden-Württemberg und seine Polizei. Wir wollten erreichen, dass sichergestellt ist, dass unser Stand auch bewacht wird, dass wir getrennt werden von der Antifa. Nicht wie letztes Mal. Ihr habt die Videos gesehen auf YouTube, Instagram, habe ich alles hochgeladen, wie die Antifa einfach zusammenwirkt und auf unseren Stand einwirkt, ohne dass die Polizei irgendwas macht, wo Straftaten begangen werden. Und was haben wir erreicht? Die Polizei hat gestern eine Garantieerklärung abgegeben. Es wird zwar eine Gegendemo geben, aber diese Gegendemo, diese Antifa werden hinter Absperrgittern sich fest aufhalten müssen. Und wir werden sehen, ob die Polizei ihr Wort hält. Wir sind motiviert, wir sind zufrieden mit dieser Garantieerklärung. Und wir schwärmen jetzt aus in den Wahlkreis, gehen zu unseren Wahlkampfständen. Wen haben wir alles da? Wir regieren die AfD! Wir regieren die AfD! Wir regieren die AfD! Volksanwalt! 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 So, reicht.